Hallo, mein Name ist Oti Cherifi. Ich bin 14 Jahre alt. Ich spiele auf der Acht und auf der Zehn. Meine bisherigen Vereine waren der TV Wieblinger und jetzt der SSV Ulm. Mein Vorbild ist Thiago Alcantara. In FIFA spiele ich gerne mit Liverpool. Meine persönliche Ziele sind Profifußballer zu werden. Mit der Mannschaft ist es Top 3 Oberliga.